Wer macht Ansage? Ich würde sagen, der, der streamt. Das sind zwei Leute, ich bin der Triss. Ja, dann schlagt euch. Ist mir egal. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Was ich soll? Ja. Okay. Dann sag ich mal 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen hier bei einem weiteren Stream zu Defiance. Da ja jetzt auch der Herr Paddy leider krank ist, haben wir uns dazu entschlossen, heute einen Stream zu Defiance zu machen. Und mir an meiner Seite sind wieder die gewöhnlichen Übel-Täter. Ich denk's auch gar nicht, ich bin nicht gewöhnlich. Nein, unsere, unsere altgewohnten Mitspieler, und zwar der Trissistan. Hallo, auch ein herzliches Zusammen von mir. Und mit dem Hefe heißt das... Ejo. So, dann würde ich sagen, wir erstellen jetzt mal einen neuen Charakter. Jo. So, ich hab ja den Season Pass für das Game. Von daher kann ich auch Kastitanga spielen. Was ich sehr schön finde. Freuen. Ich glaub, ich probier mal was Neues. Bei mir ist noch ein Video. Du. Ich hab das gescript. Ich häng schon drin in der Charaktererstellung. Wieso? Ich will ja kein Let's Play machen, ich will ja bloß so eine Art kleinen Spontan-Stream. Achso. Von daher. Ja, so gut. So, mach ich so. So. Menno, kein Blade & Soul. Ja, sorry. Das muss man sagen, das Spiel ist jetzt nicht so der Renner. Ja, wer... Ich hab's mir noch nicht angeguckt, und Triss und MC haben dagegen gevotet, deswegen. Ja. Ich hab's mir angeguckt, zumindest mal so ein paar Trailer und so, und sah nicht wirklich besonders aus. Kriege ich diese Woche also doch keinen Blade & Soul-Stream? Oh. Schon mal leid. MC macht irgendwann Privat-Stream, finde ich. Nein. Oh, Mann, bist du gemein. Alle Leute, die finden, dass MC echt gemein ist, müssen das jetzt schreiben, MC. Warte mal, ich muss kurz den Chat wechseln. Ich bin echt gut aufgebaut, den Anfang. Der Anfang ist auch gut, aber ich... Daher hat schon alle schon beim Einstellungen Zeit... Nein, nur der, nur der Triss ist da. Achso. Welcher Anfang? Cosmo ist fies, äh... Ja. Liegt auch echt, äh, ja. Also ich mach, ich mach gesetzloser, oder? Warte mal. Mach ich Maschinist oder Veteran? Also ich hatte das ganz recht, ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Maschinist war das bei dir. Okay. Dann mach ich... Ja, ich mach gesetzloser. Muss ja nicht sein, dass wir alles dasselbe machen, Mensch. Wäre auch doof. Fortsetzen. Oha. Knochenstruktur, ich bin in Ruhe, geben wir mal wieder eine Tussi. Ja, ich zufällig auch. Achso, probiert. Also. Wie lang geht denn der Anfang? Ui, ein Chicken Hotpants. Ähm, ja, das geht schon ein kleines Stückchen. So, ich starte einfach mal rein ins Spiel. Ja, wir haben auch nicht den Originalsprecher genommen, kann das sein? Ähm. Jetzt, Archenjäger. Moment, Captain. Der da trägt... Warte mal. Jetzt war es ganz komisch. Ich habe das Spiel jetzt mit dem neuen Charakter gestartet. Aber der hat in der Sequenz das Aussehen von meinem ersten Charakter geladen. Sehr lustig. Ich habe das jetzt auch mal geskept. Hashtag Cosmo ist fies. So ist es richtig. Nein. Ich bin noch nicht fies. Wir erinnern dich dran, solltest du mal wieder irgendwas fieses sagen. Wer wird überleben und wer wird den Löffel abgeben? Charakter erstellen. Bist du fertig mit der Einstellung des Charakters? Ja. Der hat den falschen Charakter geladen. Und raus aus dem Spiel. Okay, warte, ich start noch mal. War etwas doof jetzt. Tut mir leid. Sie will ich spielen. Ja. Ich bin drin. Ihr habt nur Angst, dass ich euch in Blade & Soul umhaue. Nö. Aha, jetzt sind wir richtig. Ähm, ja, äh, ganz, ganz ehrlich jetzt, ähm, jetzt werden wir das definitiv nicht mehr spielen. Wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir schon, bevor wir das Spiel überhaupt installiert haben, schon einen Feind haben, dann macht das Ganze nur wenig Sinn. Du kannst mit mir interagieren, wenn du mit mir interagieren. Mich würde aber Black Desert interessieren. Versuchen wir es mal. Also ich bin schon mal bei, ich bin schon mal bei Ego, gell? Ja, ich glaube, das ist die erste, die ersten Instanzen hier müssen wir sowieso. Alleine noch, gell? Das heißt, ich würde da jetzt auch einfach mal kurz durchrennen. Aber zuerst müssen wir dich ausrüsten. Von Wachstuhlis hatte Abwehrtechnologien an Bord des Stratoträgers. Ich habe einen Ort auf der Karte markiert, wo wir sie finden können. Aber ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt, Leute, gell? Also, wow. Ja, bei mir ist es gar nicht so lange her, aber... Schilde sind aktiv. Wir brauchen noch eine andere Waffenoption. Ich orte das Signal eines abgestürzten, mobilen Arsenals. No, der Name wird bereits verwendet. Was für ein Zufall. Ich wollte meine Frau gerade Sarah Connor. Ja, das ist, ähm, naja. Ich sage mal, für das Spiel kann ich eigentlich einen relativ guten Guide-Up geben, glaube ich. Zumindest so für den Anfang. Die Waffenoptionen sind halt am Anfang ziemlich lame. Das ist halt das eigentliche Anfangsproblem. Aber das wird besser mit der Zeit. Das leichte MG ist groß, laut und stark. Seine Salven können jeder in der Nähe unter der Wittkante aufgefest setzen. So, ich bin jetzt endlich fertig erstellen. Nein. So, ich bin jetzt endlich fertig erstellen. Deshalb solltest du dich schon mal daran gewöhnen, die Primär- und Sekundärwaffe zu wechseln. Ich orte Sprengstoff in der Nähe. Den können wir gut brauchen. Sprengstoff, yay. Dann geben wir dir die Stelle auf der Karte. Gut, dumm. Leider habe ich mit der Stellung gerade so lange gebrocht. Ja, macht nichts. Natürlich sitzen die beiden Hauptcharaktere quasi nicht nebeneinander, sondern wir direkt dazwischen. Ganz normal. Diese Vorratskapsel enthält Granaten. Schnapp dir eine und rüste sie aus. Ich denke, du weißt, wie das funktioniert. Zieh den Stift, wirf und mach dich aus dem Schlauch. Wir sind ausgerüstet. Jetzt ist es an der Zeit, deine Ego-Fähigkeiten zu trainieren. In der Luft aufgelöst. Wir fangen mit Tarn. Wie lange man da oben wartet? Interessant. Die macht dich für Gegner unsichtbar. Also ich würde nicht warten, alle anderen Katzeln zugucken, wie die abhauen und dann erst auf den Knopf drücken. Ich wäre einer der ersten, der abhauen. Aha. Wenn ich jetzt schon sehe, den Metallplatz ist begrenzt. Gibt 320 Credits, was auch immer aus, um meine Metallplätze zu kaufen. Fällt mir direkt. Die Fähigkeit, damit ich sie integrieren kann. So, was nehmen wir denn? Ego-Fähigkeit auswählen. Ich wäre fast für... Ah ja, komm. Also ich nehme Überladen. Damit ihr Bescheid wisst. Überladen? So ein Schadensboost und schneller nachladen und solche Sachen. Ich empfange ein Signal. Ich stelle es durch. Hört mich jemand? Ich brauche hier unten Hilfe. Die Mutanten scheinen sich zum Angriff zu sammeln. Gott, man sich nicht von Anfang an auch irgendwie eine Klasse aussuchen oder so? Wir müssen ihr helfen. Ähm, das kommt noch. Das kommt, äh, so im, im Zuge der, der Anfangsmission. Was heißt das? Aber es ist keine direkte Klasse. Du kannst dir halt die Anfangsskills, äh, festlegen. Achso, nee, klar. Am Anfang kannst du noch, äh, auswählen. Maschinist oder Gesetzloser oder so, aber das ist eigentlich nur, ähm... Aussehen. Aussehen. Na, nicht unbedingt nur Aussehen, aber, ähm, so die, die erste Kleidung und, ähm, die Anfangswaffen halt. Echt, ich habe jetzt irgendwo die Kleidung ausgesucht. Da ist dann automatische Pistole quasi erst bei mir drin gewesen. Weiß nicht. Da hätte ich mir was anderes nehmen müssen. Ich glaube, ich habe Veteranen genommen, da war irgendwie die Pistole dabei. Oh, ist mein M schlecht? Ich kann die meisten Kinder auf dem Thema hacken. Geht zum Torium, Reaktor, und ich sehe zu, was ich tun kann. Ja. Zu meiner Verteidigung, Leute, das Fieber hinter dem Gras ist konstant. Ah! Das wäre auf jeden Fall was von dem Patrick gewesen, der liebt Third-Person spielen. Hö, ich weiß nicht. Also das hier finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich geil, muss ich sagen. Warum haben wir das noch nie gespielt? Grafisch, finde ich, geht das eigentlich auch voll klar. Ja, doch, ist auch. Ein echt gutes Spiel, muss man sagen. Wenn wir Mosfot scoren, kann man was ein bisschen gut. Ah, MC, ich bin hinter dir. Was? Wir sind wohl doch zusammen, hallo. Mach Kasch, hallo. Aber, aber Gruppen können wir nicht, äh, nicht bilden. Ja, noch nicht. Noch nicht, ja, später. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten dann auch gucken, dass wir möglichst schnell an den BMG kommen. Das ist so die, die Heilerwaffe, mehr oder weniger. Okay. 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 Ich sehe hier jemanden vor mir spallern, ist das eine von euch? Hm, ich, also wir, also ich zumindest, habe gerade die Anfangskreste abgeschlossen. Ich bin jetzt dann im freien Raum. Ich bin jetzt, bin ich jetzt falsch gelaufen? Ja, aber ich lasse mir gerne mal Zeit und ich gucke mal gerne viel. Ja, nö, ist ja in Ordnung. Oh, 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 oh. Neuer Tag, neuer Eichenfall. Du doch, du Sau. Bist du schon durch, MC? Nö. Du hast eine Ego-Einheit erhalten. Ja, so. Erstes Ego-Upgrade. Also L ist quasi das Inventar, ne? L sind die Loadouts, also deine Ausrüstung praktisch. Also das Inventar. Also das ist für mich, das ist wie der Charakter. Ne, Ne, Inventar hast du auch noch, das ist dann auf I praktisch. Ne, ne, das meine ich ja. Jetzt bin ich für mich. Wenn du C drückst, kannst du den Charakter ja ändern, wie bei Final Fantasy da. Ja, genau, so ist das. Das ist das für mich. Das ist das, ja. Was machen wir denn? Und das, na ja. Tieren. Oh ja, das ist gut. Ähm, wir können jetzt, wir können uns jetzt aber, glaube ich, schon mal ätten, oder nicht? Ja. Warte. Wie war das, mach, Kaschka? Warte, ich hab die schon Gruppeneinladung. Mach schon, ich kann dir das eine oder andere beibringen. Super, dann können wir Gruppeneinladung machen. Ja. Ach genau, ich hab doch, warte mal. Ich hab ja durch die, oh ja, jede Menge Zeug, auch schöne Anfangswaffen, hab ich bekommen gerade. Ähm, durch die, durch die ganzen DLCs, die ich hab, krieg ich jetzt jede Menge Anfangswachstück. Dazu auch ein Fahrzeug, sehr schön. Ähm. Und Jan, wie weit bist du jetzt? Ich mag grad die Ego-Fähigkeiten. Okay. Hui. So, dann kann ich mir auch gleich mal was anderes anziehen. Ja, das, diesen Luxus hab ich leider nicht. Nicht mehr. Ja, ja, gut. Badlands Ronin. Hm. Oh, nehmen wir mal den Badlands Ronin. Und einen Titel kann ich mir auch aussuchen. Komm, hier. Sieht doch irgendwie gut aus. Zwei Krieger. So. Hoch. Ja, komm. So, hat doch was. Gucken wir mal, gleich ein paar blaue Waffen bekommen. Oh, ho, 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 ho. Also diese Bits, die sind schon ganz schön teuer, oder? Wenn man sich Bits kaufen will. Ja, brauchst du aber nicht machen. Du kriegst eigentlich im Laufe des Spiel. Ähm, ach nee, warte mal, die Bits, ja, da kannst du Ausrüstung, wenn du bekommst, irgendwelche unbrauchbaren Waffen, die kannst du dann umwandeln in Bits. Echt? Ja. Nice. Gut zu wissen. Aber das sind wahrscheinlich... Ich hab sogar Spikes und Stimps bekommen, sehr schön. Das sind wahrscheinlich, aber... Das sind aber wahrscheinlich zwar nicht viele, ne? Ähm, du brauchst schon viel Ausrüstung, wenn du wirklich was damit machen willst. Das ist das andere. Also, kommt halt immer darauf an, welche Waffe du damit aufrüsten willst. Mhm. Ähm, je nach Seltenheit. Warte mal. So, jetzt warten wir noch schnell auf den Jan. Mhm. Pistolero. Mhm. Mhm. Geil, das Spiel backt grad. Ich kann nicht zielen und schießen, Mann. Was soll das? Schup-di-du-di-du-di-du. Ja, geil, der spürt grad richtig hart. Okay, das ist schlecht. Ja, ich... Ich kann meine Maus nicht mehr benutzen. Hm. Ja, warte mal einen Moment. Vielleicht gibt es sich von selber. Ja, super. Ich bin gleich tot. Ich kann... Ich kann ja nicht auf die schießen, Mann. Ich kann jetzt quasi nur zu den Hintern und ich kann auch nur in eine Richtung gucken. Hm. Ich bin ja im Augenblick tot. Ja. Oh, gerade so geschafft. Die Zeit ist erreicht, für den Dingen zu überlasten. Was war das denn jetzt, Alter? Maus verreckt? Ich kann nicht mehr zielen. Also, meine Maus läuft aber noch. Warte mal. Ich habe ein... Eine Walsh. Oh. Nice. Ein Walsh-Präzisionsgewehr. Was, Achtung, Russ. Aha. Neyrala. Aha. Lola Freck. Und Marok. Aha. Schön, schön. Und Alexen. Äh. Also, ich habe jetzt dieses Ding rufgesprengt. Ist das das hier, ist das so toll, oder? Äh, ja. Das war's genau. Warte. Ich lade dich gleich ein. Christa Connor. Mit, wo? Marok, Achtung. Ah. Christia Connor. Genau. Moment. In der Nähe. Christia Connor. Gruppeneinladung. Bist du bereit, ein paar Archenfällen nachzujagen? Ist Christa Connor jetzt echt der Dingens? Ja. Ich nehme es an. Oder? Bist du der Marokasch? Ja. Die. Spielen wir jetzt alle drei Mädels? Schön. Also habt ihr die Quest schon angenommen? Nee. Moment. Machen wir jetzt. Ja. Wir müssen herausfinden, ob Herr von Bach überlebt hat. Ich empfange... Das geht, ja? Jo. Jibiii. 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 Ach, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich habe doch, ich habe doch, ich habe doch. Genau. Zeit zu gehen. Mein Auto. Guckt mal, ob ihr aufsteigen könnt. Jo. Ich kann mich hinten reinsetzen. Nee, ich kann mich auch nicht reinsetzen. Okay, dann nur zwei Leute. Oder versuch's mal hinten, ja? Ja, doch, geht doch. Jetzt. Leute, Mensch. So, hier muss man hin. Oh, das, das hat's jetzt aber echt hart gefragt. Ich wollte's ja nur mal, ich wollte's ja nur mal zeigen. Ich bin in dem Auto noch nie zum Ehren gesessen. Herrlich. Einfach nur herrlich. Ich empfange Störsignale. Geh in offenes Gelände, damit ich das Tal scannen kann. Also. Hallo? Benutzen? E? Hallo? 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 Versuch mal ein Stückchen weiter links. Ich wünsche Ihnen, dass du links an den Sitzplatz zielen kannst. Genau, ihr müsst schon genau dahin zielen. Wo ihr euch auch hinsetzen wollt, genau. Ah! Mal sehen, wie gut der Trist fahren kann. Oh, wir scheinen alle sterben. Wir haben Glück, dass wir noch am... So, ich skipp das mal. Das geht schon mit... ...nicht. Mehr als das. Bist du... Bist du drin? Ja. Ich seh dich nämlich... Ah, jetzt. Aber du ja nicht, jetzt. Weiter drin? Ja. Okay. Einer geht mir nämlich ab. Lol, es sind insgesamt vier Leute bei dir rein. Einer vorne, einer Mitte und zwei hinten. Ja. Mitte auch? Nee. Zwei hinten? Nee, ich hab hinten nur einen Sitz. Ja, aber hinten können zwei sitzen. Achso. Ja, okay. Dann wird's Zeit, dass ich das... Der Paddy auch holt. Ja, ist free to play übrigens an alle Zuschauer. Das bedeutet, dass er auch ein Archenjäger war. Stimmt, ist free to play, ja. Stimmt, ja. Das Auto ist aber DLC-Inhalt, ne? Ja. Also ihr kriegt dann selber relativ schnell auch noch ein Buggy. Da könnt ihr allein drauf sitzen. Hippie! Ey. Ach, ganz vorne sitzt du jetzt. Schön. Coole Sache. Ja. Ich sitz hinter dir. Ansel, wir Arsch vor. Schon ein bisschen, ne? Aber dafür sind wir schneller. Dann... Dann soll sich's der Paddy auch holen, verdammt. Ja, klar. Also wie gesagt, ich bin... Dann machen wir einen Let's Play raus. Ich wär auf jeden Fall dabei. So, ne? Dann machen wir einen Let's Play raus. Ja, ich glaub, der Paddy hat das eigentlich auch. Ja, wie gesagt, das ist free to play. Also kann sich eigentlich viel da runterlassen. So, jetzt hast du das gesehen, jetzt muss ich das nicht scannen. Läuft. Dass es nicht von Bach ist, sondern wie die All-Mitarbeiterin 1-3-0. Das ist nicht gut. Sie war für diese Expedition sehr wichtig. Oh, das gefällt mir. Na. Aber da darf man nicht so durchraschen, gell? Ja, da fangen wir dann nochmal neu an, würde ich sagen. Ist ja jetzt nochmal zum Zeigen, ne? Ja. Weißt du, jetzt zockt er es, okay? Würde ja mitmachen, aber Triss meinte mal zu mir, mein Mikro-Bere-Kacke. Ja, ich werd schon recht gehabt haben, wenn ich sowas gesagt hab. Mein Schilder sind gerade abgekackt. Da. Gut. Da vorne. Wartet mal. Wo seid ihr? In Richtung nach vorne. Halt. Einsteigen, bitte. Steig ein, Taxometer läuft. Geht auch. Warframe ist auch nice. Ja, das stimmt. Das, ja. Naja. Kann man, kann man machen. Ich fand's, ich fand's ein bisschen, es hat halt, ich weiß nicht, äh, es ist gut viel kämpfen und schlachten und so, aber, ähm, es hat halt einfach keine, keine Zeit. Zonen, wo man mal so ein bisschen ausspannen kann. Doch? Naja, du hast dein, dein eigenes kleines Schiff, aber so wirklich Städte oder sowas. Du hast doch. Du hast doch so Planeten, äh, Planeten, wo du dann einfach nur in der Stadt rumlaufen kannst, wo du dann Sachen kaufen kannst, wo du dann auch mal so ein, so ein Imbar-Händler auftaucht übers Wochenende oder so. Okay. Wo du dich an anderen Dingern anschließen kannst und schlackenstot. Okay, ich glaub, dann hab ich's nicht weit genug gespielt. Du bist einer von von Bachs Archenjägern. Aber wer bist du? So, ich skript das mal wieder. Wie gesagt, äh, wenn Paddy da mitmachen will, dann haben wir hier auch ein Story-Ding. Achso. Ja, eben. Und dann fangen wir auch nochmal neu an. Ja. Und lassen jedes einzelne Video ab, aber lauf. Genau. Ähm, verdammt, wo gibt's denn die Missionen jetzt? Äh. Einmal hier runter. Ähm. Ah ja, hab's gefunden. Zu mir, zu mir. Hast du's gefunden? Jibbi. Jibbi. So, aber ich will mal eben meine Loadouts nochmal ein bisschen umstellen, weil das Volt-Splitz-Gewer gefällt mir irgendwie nicht so. Hm. Ähm. Habt ihr die nächste Quest schon angenommen? Habt nämlich vergessen, das Cinematic-Weck zu holen. Warte. Oh, Grinder. Ähm. Ah ja, im Chat geht's gerade um, um German Fighters Headset. Okay. Ja, scheiße ist halt scheiße, ne? Ohohohoho. So. Das Rettungsteam kann erst losziehen, wenn du das Tal durchquertest. Na ja, mein Mikro ist auch nicht gerade das Beste. Du hast die Flügel gekümmert. Da will wieder jemand vorne sitzen. Ja, aber sicher doch. Haha. Genau wie Phantasialan die neue Wasserbahn, Alter. Die Schiapas da. Der Abgang Junge, bohrt der rein. Haha. Irgendwie habe ich während du fährst immer so ein paar Legs. Ja, ich aber auch. Keine Ahnung warum. Okay. Ah, da bin ich nicht alleine schwör. Haha. So. Ich dachte schon, ich dachte mir nahe. Viel Spaß Leute. Ja, mit dem Kommen sind wir guter Röcke. Tja. Das Leben ist hart. Kriegt ihr auch nur so 8 dp für die Gegner oder kriegt ihr mehr? Ne, ne, das ist ganz normal. Aber glaub mir, es braucht eine ganze Menge, bis du maximal level hast. Also so, du siehst ja unten, ne, oben links das Ego-Level. Gut, das ist jetzt angehoben auf 250. Das ist, wenn hier stärkere Spieler dazukommen, dann passt sich das Level so einigermaßen an die. Das Problem ist dabei, du hast halt immer noch dasselbe Equip, was du jetzt hast. Das wird zwar auch ein bisschen angepasst, aber das macht nie die Effekte, die du eigentlich hättest, wenn du das Level hättest und die Gegenstände damit gefunden hättest. Aber du bist zumindest nicht total hilflos, wenn ein stärkeres Spieler reinkommt. So, genau. Ich glaube, ich hoffe, das war nachvollziehbar. Kriegt man mehr, desto mehr Schaden man an den Gegnern macht, oder? Ähm, kann sein, wenn mehrere draufschießen, dass du dann mehr kriegst, ja. Ja, aber ich krieg grad nämlich grad nur echt wenig bekommen, ne. Schickt Gefahrtverstärkung! Wir ergeben uns nicht. So. Wie viel hat die überkommen für den? 62. Ich glaube 125. Ja, dann hast du wahrscheinlich den entscheidenden Treffer gelandet. Erwischt. Weiter! Da ist jemand mit dem BMG. Abgeschlossen! Abgeschlossen! Genau, und dafür gibt es jetzt nämlich die eigene, eigentliche EP-Summe. Wie Kills habt ihr denn gemacht? Ähm, elf. Ah, ich hab zehn geklärt. Neun! Schade. Ja, ich bin Platz zwei! Ich bin, ich bin Platz eins. Tatsache, ich bin direkt unter dir. Du hast keine 200 vor mir, man. So, ey, scheiß. Tja. So, äh, hast du ja auch nen Ego-Update bekommen? Ego-Update? Mhm. Was für ein Update? Ego-Update. Ist ein Level-Up. Sozusagen. Ego-Upgrade verfügbar. Ja, ich hab's grad noch nicht weggedrückt, deswegen hab ich's nicht gesehen. Ja, genau, dann kannst du Kart drücken und deine Fertigkeiten neu, 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 also, was heißt neu, kannst du halt einen Punkt verteilen. Äh, ist noch nein! Danke. Ich hab's da die Hand rumgehalten, aber ich war ne Schnellglückung mit dem Mikro zu muten. Sitzt du drin? Ja. Ja, hinten im Boss. Hinten im Boss. Ich seh' ich. Ach so, doch, klar, da oben drauf. Ach, klar. Moment. Das Schönste, das Schönste an dem Spiel. Kein Fallschaden. Ari, er fahrt jetzt hin, oder was? Ja, jetzt fahr' mal erst mal zu dir. Okay. Und jetzt haben wir schon unser erstes Fahrzeug. Jibiii!